25. Spielminute, wir schreiben Geschichte. Das 86. Tor für Lionel Messi in diesem Kalenderjahr. Und damit ist er der Beste, den es jemals gegeben hat, auch in dieser Wertung. Messi leitet die Situation selbst mit ein. Iniesta, das ist genial. Einmal mehr. Schon in den letzten Wochen. Iniesta und Messi im Zusammenspiel einzigartig. Mit der Ferse. Und dann... Platini.